Ja, guten Morgen, liebe Kunden. Unser Preis-Update für diese Woche. Es ist gerade ein Uhr in der Früh. Also ich bin ein nachtaktiver Mensch momentan. Ja, macht aber nichts. Ich wollte euch mal in die Angebote mitteilen, was wir Schönes da haben. Und zwar haben wir hier bekommen Wassermelonen. Ja, wie ihr sehen könnt. Hier, das Stück Wassermelonen kostet bei uns 1,49 Euro. So, dann haben wir diese schön langen, schweren, italienischen Wassermelonen. Dann kostet das Kilo 99 Cent. Oder geschnitten kostet sowas 1,39 Euro. So, was haben wir da Schönes im Angebot noch? Hier haben wir Zwetschgen bekommen. Leute, guck mal, hier in so einer Kiste, hier sind gut 3 Kilo, sogar knapp 4 Kilo drin. Kostet so eine Kiste 3,50 Euro bei uns. So, dann haben wir Passionsfrüchte. Also ihr kennt die, aufschneiden, ist eine exotische Frucht. Richtig lecker, richtig gesund. Ganz viel Vitamin C ist da drin. Kostet so eine 2 Kilo Kiste hier bei uns. Nur 5 Euro. Oder ihr ne 5 Stück, kostet 1,50 Euro. So, dann haben wir Honigmelonen bekommen. Hier, guck mal. So was kostet bei uns nur 99 Cent. So, dann haben wir leckere Äpfel. Und zwar haben wir den Delba Festival hier. Den hier, das ist Deutscher Apfel, Neue Ernte. Oder hier Red Prince, sowas. Das Kilo bei uns nur 1 Euro die Woche. Ja? So, dann haben wir hier schöne Ananas. Guck mal hier. Das Stück Ananas für 1,29 Euro. So, dann haben wir hier leckere Birnen. Leute, das sind Bergbirnen, so nennen wir sie. Richtig süße Birnen. Lecker im Geschmack. Kostet die ganze Kiste nur 3 Euro. So, was haben wir denn noch? Ihr seht hier, schöne Waren. Oh, guck mal hier. Guckt euch mal die Pfirsiche an, die türkischen. Das sind wirklich langsam die letzten. Also zugreifen, richtig lecker. Lektarinen, plattpfirsich am Bauch da. Leckere Weintrauben hier. Das sind die Dattelweintrauben, Leute. Guckt euch die mal an. Richtig was Feines ist das, ja? So, wir kriegen nachher noch Weintrauben. Türkische Kernloses, Fultanas sind das. Da kostet das Kilo 2,99 Euro. Ja, richtig lecker Weintrauben. So, Erdbeeren haben wir hier. Da haben wir die 500 Gramm Erdbeeren. So, kostet bei uns die Schale 49 Cent. Okay, das ist ein bisschen für Marmelade kochen, muss ich sagen. Wir kriegen nachher auch ganz frische Erdbeeren. 500 Gramm wird bei 1,89 Euro liegen. So, eine Sache habe ich hier noch. Und zwar hier, es geht durch Kürbiszeit. Das ist ein Hokkaido-Kürbis. Der kostet bei uns 99 Cent, das Kilo, ja? Das Bio-Ware ist das. Richtig was Schönes. So, was haben wir hier? Hier haben wir die Flugmangos. Haben wir mal aufgemacht, gestern schon ein Foto reingemacht. Kostet das Stück bei uns 1 Euro. So, und außerdem, hier die Gurken. Haben wir letzte Woche schon das Angebot gemacht. Machen wir diese Woche weiter. Da kosten bei uns 3 Gurken nur 1 Euro. Alles klar, Leute. Ich hoffe, euch gefallen unsere Angebote und wir sehen uns hier im Markt. Bitte teilt das Video und bleibt gesund. Bis dann. Ciao.